Die vier besten bohrfreien Duschregale – praktische Lösungen für mehr Stauraum im Badezimmer Ich habe dieses Duschregal von UR Mektor aus rostfreiem Edelstahl gekauft und bin sehr zufrieden damit. Es ist einfach zu installieren, ohne bohren, und hält gut an der Wand. Die Regalböden sind geräumig genug für Shampoo, Duschgel und andere Badutensilien. Das Design ist modern und schlank, und die schwarze Farbe fügt sich gut in mein Badezimmer ein. Das Set enthält drei Regale, sodass ich genug Platz für alle meine Produkte habe. Insgesamt ein tolles Produkt zu einem fairen Preis. Ich habe vor kurzem das UR MADE Duschablage ohne Bohren Duschablage mit 5-Haken-Duschregal ohne Bohren-SUS 304 Edelstahl, zwei Stück ausprobiert und bin sehr zufrieden damit. Die Mondhage war super einfach und erfolgte ohne Bohren. Die Duschablage besteht aus hochwertigem Edelstahl und die 5-Haken bieten viel Platz für meine Duschutensilien. Ich bin beeindruckt von der Qualität und dem Design des Produkts. Das UR MADE Duschablage ist eine großartige Option für diejenigen, die ihre Badezimmerwand unbeschädigt halten möchten. Ich kann es nur weiterempfehlen. Ich bin begeistert von der Habhelm Duschablage. Das Duschregal lässt sich ohne Bohren anbringen und bietet genügend Platz für all meine Duschutensilien. Besonders praktisch finde ich die 11-Haken- und die Seifenschale, die für zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeiten sorgen. Der Rasiererhalter ist ebenfalls ein tolles Feature. Die Edelstahl-Optik fügt sich perfekt in mein Badezimmer ein. Die Installation war kinderleicht dank der mitgelieferten Klebstoffe. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und empfehle die Habhelm Duschablage jedem weiter, der nach einer einfachen und praktischen Lösung für sein Duschzubehör sucht. Ich liebe mein neues PNNP Duschablage Ecke ohne Bohren selbstklebend zwei Stück in schwarz. Das Duschregal sieht großartig aus und ist perfekt für mein kleines Badezimmer. Es hält alle meine Duschartikel an einem Ort und ich muss nicht mehr über füllte Regale oder Ecken kämpfen. Die selbstklebende Funktion ist einfach zu installieren und hinterlässt keine Schäden an meinen Fliesen. Die Haken an der Seite sind praktisch für das Aufhängen von Handtüchern oder Schwämmen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Badregal. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.